Das ist krass. Der Shader gefällt mir. Wie viele Diamanten haben wir denn schon gefunden? 8 Diamantenherz. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen mehr finden. Das würde mir sehr zusagen. Ich belasse aber erstmal die Begutsamkeitsachse. Hacke, meine ich. Denn die ist mir doch ein bisschen teuer und wir haben eigentlich ganz gut einen Stein mittlerweile. Nur weil sowas nehme ich dir jetzt noch. So. Go, 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 go. Ich mache das mit dem Zweiergang. Da kommt man sich schneller vor einfach. Trink mal während des dem letzten Stück Wasser aus meiner Flasche. Damit mein rauer Hals verschwindet. Ich bin so rau. Ähm. Ach komm, ich mache es gleich richtig. Trinkt ja auch nichts. So, huch. Was war das denn? Aber wenn da ins Lava drunter gewesen wäre oder sowas. Einfach so ein Loch mit Lava. Ja, das wäre nicht so durr gewesen. Jetzt mit der ganzen Diamantsache in unserem Inventar. Ich hoffe, dass ich das benutze. Jetzt sehen wir noch ein bisschen Stein aufsammeln. Ah, hier läuft es besser. Hier haben wir noch nicht so viel. Hier haben wir wirklich nur Stein gerade. Das gefällt mir. Da muss ich nicht so viel ausbessern. Lalalalalalalalalala. Lalalalalala. Ich war mal nur ganz kurz und ein paar neue Fackeln. Nein, die kommt hierher. Da, die, da, 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 da. Da ist wohl Lava. Ich hoffe, wir buddeln jetzt nicht irgendwie in eine Lava Gruppe rein. Das ist das hässliche, was man machen kann. Da buddeln ich lieber in Wasser rein, als in Lava. Lava wieder rauszubekommen aus irgendeiner Höhle oder so, das ist so nervig. Feuerstein wegschmeißen, dann müssen wir die ganze Stein umverballern. Das werden wir sicher alles irgendwann nochmal brauchen. So. Ach siehst du, schon fertig. Dann noch die Decke. Kurz eins, zwei Schönheitsoperationen. Klack, klack. Ein bisschen Erde wegschmeißen, damit wir den Stein bekommen. So. Dahinten liegt nichts mehr. Leuchtet er echt fabelhaft. Wie das leuchtet, Alter. Dieses Schimmer und das ist so geil. Ich komm da nicht drauf klar auf den Mod. Dass ich es endlich geschafft hab, den wirklich zu installieren. Ich freu mich grad, wie so ein Kleinkind. kleinen kinder ich mache die musik trotzdem mal leiser ist es auch schön dass wir so eine musik haben dass wir ein bisschen es aber nicht und ich mache es einfach auf meinem kopf aber das geht ja auch so hier haben wir jetzt hier ein bisschen erdprobleme die müssen wir beerdigen aber in der schaufel muss ich sagen also man möchte so eine ultraschnelle schaufel haben ja das schaufel wäre mir haltbarkeit am liebsten weil die gehen echt so schnell weg die schaufeln die diamantschaufeln und ich meine sie kosten noch nicht diamante aber 30 level obwohl du brauchst die level ja nicht mehr aber naja sind halt doch cool das leuchtet auch das leuchten kommt gar nicht von dem stein klostern an sich mein gott sterbe gleich ich könnte theoretisch ach das ist birkenholz ach so ich dachte das ist auch sand so so dann hier wieder haben wir dann noch da haben wir noch was und auch hier ist noch was was wir verändern müssen können dürfen die steine reichen aus aber wieder ziemlich wenig ich habe auch kein stack mehr da muss man wieder sparen hier überall ein bisschen was weg machen und dann haben wir auch wieder was so uuuuuh was sehen meine müden augen da aha wusste ich es doch dass da noch welche sind da haben wir jetzt schon zwölf diamanten oder mein gott also erbte sogar da kann man nicht dagegen war sicher 16 diamanten oder so auch immer glück haben vielleicht sogar noch mehr aber kein fehler jetzt 3 genau ist richtig und er ist nichts Jetzt müssen wir den ganzen Teppich hier unten wegmachen. Vielleicht finden wir dabei noch mehr Diamanten. DIAMANTEN! Ich bin halt am überlegen... Klack. Und zwar habe ich mir gerade so gedacht, es gibt ja immer wieder neue Areale. Es gibt immer wieder neue Dinge, die man reißen kann. Und darum wäre es vielleicht eine Option. Das müsstet aber ihr entscheiden. Also da möchte ich eure Mithilfe da haben. Weil ich bin nicht sicher bin, ob das so eine Idee ist. Und zwar könnte man hier ein Portal machen. Man könnte ja verschiedene Portale machen. Ich glaube ich habe die Idee, man könnte ein Portal in die Magic Mine Welt erstellen. Und da ab und zu mal rüber huschen aus dem normalen Let's Play sozusagen. Also sozusagen... Ich springe in das Portal. Beende die Aufnahme. Lock mich auf Magic Mine ein. Jetzt mal ganz blöde gesagt. Damit es auch wirklich jeder raft. Und dann tun wir halt so... Oh, hey! Guck mal, ich bin auf Magic Mine gelandet. Oh, durch das Portal! So nach dem Motto. Weißt du wie? Das ist einfach reibungslos und das nächste Welt überläuft. Da habe ich auch so überlegt, ob man vielleicht einfach... sich noch eine neue Welt generiert. Und das ist so eine Abbauwelt mehr oder weniger. Wo man wirklich alles nur abbauen kann. Wo sozusagen die Rohstoffe herbekommt. Wegen Tuntra und sowas. Also diese ganzen neuen Biome, die man jetzt auf der Stelle gar nicht so schnell bekommt. Dass man da einfach in eine andere Welt hüpfen kann. Und Eiszapfen sich holen kann. Das wäre schon cool. Weil hier eine Gegend wäre auf jeden Fall keine Eiszapfen mehr bekommen. So, alles weg hier. Auch hier alles weg. Scheiße. Scheiße. Hat auch nicht funktioniert. Lalalala. 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 Bist du überhaupt nicht nervig oder so? Ich würde gerne drei Tonnen Steinen pro Tag weg. Unwahrscheinlich gern. Jetzt haue ich mal Erde weg für Gravel. Denn Gravel ist wichtiger für uns. Licht ist allerdings auch sehr wichtig. Nicht für mich, aber für euch. Ich sehe immer ein bisschen mehr als ihr. Ich habe das mit den ganzen Grafiken-Erstellungen so gar nicht getestet, ob das, also es ist ja immer noch dieselbe Aufnahmen mit dem Shader. Ob das für euch dann auf YouTube besser aussieht, äh, schlechter aussieht. Oder schlechter sieht es auf jeden Fall aus, wie viel schlechter es dann auf YouTube völlig aussieht. Dies ist wohl eher die passende Frage. So. Wie viel fehlt denn noch? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das wird noch lange dauern, liebe Freunde. Das wird noch lange dauern. Huch. Diamanten. Hey. Wieder. Und noch einer. Und noch zwei. Ja, so habe ich das gerne. Dann fangen wir jetzt einfach mal von der Seite an. Warum? Keine Ahnung. Ich wollte ja mal gerade durchlaufen und schauen, wie lange das noch dauert. Wird auf jeden Fall noch eine ganze Ecke dauern, da wird es, oh mein Gott, ey. Ich weiß nicht, ob das alles in einer Aufnahme jetzt mache, das glaube ich eher weniger. Das glaube ich eher weniger. Da ist ja noch dunkel geworden. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Ach so, ich muss hier noch die Mauer, es sieht auch ganz geil aus. Ich würde aber auch noch so eine Mauer machen. So, immer dann, damit sie so einen Kreis machen, würde ich glaube ich auch ganz cool aussehen. Könnte man vielleicht braune Wolle nehmen, würde vielleicht edler aussehen als Erde. Ups, das wollte ich nicht. Habt ihr vielleicht doch nicht die, wo man das unterirdische Tunnelsystem noch anbringen kann? Ist ja immer so die Sache, wo wir das überhaupt alles anschließen. Es muss ja auch ein Zimmer geben. Also, wir haben dann an der Mine haben wir es angeschlossen. Um schnell von der Mine hierher zu gelangen. Dann schließen wir es jetzt an dem Dorf an, um schnell mal ans Dorf zu gelangen. Wegen den ganzen Villagers schon. Nun könnte man es hier noch anschließen, was sinnvoll wäre. An der anderen Welt könnte man es anschließen. So, ich hole das jetzt mal alles weg und dann... Nehme ich mir die Steine hier. Licht, 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 Licht. Kuli, Kuli, Kuli. So, und dann hier. Oh mein Gott, ey. Was für ein Weg das noch sein wird. Das wird noch ewig dauern. Wird noch ewig dauern. Ewig und drei Tage. So wie ich das sage. Hier ist es ganz schön dunkel. Ewig und drei Tage. So wie ich das sage. Aber das Licht da hinten am Ende ist für uns das cool, als wenn du gleich auf die Oberfläche kommen würdest. Oh mein Gott. Ich bote mich einfach jetzt durch hier. Oh mein Gott, ich bote diesen. Ich bote diesen. Oh mein Gott, ich bote dich. Oh mein Gott, ich bote dich. Vielen Dank.